Und wir machen weiter mit Musik und haben uns die Frage gestellt, haben große Stars eigentlich selbst Idole? Die Antwort ist ja, denn als sie gehört hat, dass sie heute Abend mit ihm ein Duett singen darf oder Duett singen soll, war sie sofort Feuer und Flamme. Die beiden eint nicht nur ihre Liebe zur Musik, sondern auch ihre irischen Wurzeln. Sie, ein Mitglied der weltbekannten Kelly Family und eine herausragende Solo-Künstlerin und eher der Mann, der uns Hits wie Lady in Red oder Don't Pay the Ferryman geschenkt hat. Heute Abend kommen Sie mit einem Song aus seinem neuen Album, The Legend of Robin Hood. Herzlich willkommen Maite Kelly und Chris DeBerg, I'm Fallin' in Love. I never knew if you heard what I said, you just turned and walked away. I never knew if you wanted me at all. I never heard you call my name. I think your words were lost in the wind. I never knew that you felt this way at all. Now we're no longer talking like strangers. You have found the woman in me. You came back to my life and you saved me to be the man that you see. Tears at my window when you left me that day. There is so much I have wanted to tell you please listen when I say I am falling in love all over again. But I was too young to know what love could mean to me. But now you are here and for so many years. I have been waiting for the right time, here it is. And never before have I opened the door to my heart that's been hiding for a long time. And now I have found you, you're reaching out your hand, to me. So together we'll go, for now that we know, we have been waiting for the right time, here it is. I love you. Coming in love all over again. We have been waiting for the right time, here it is. I love you. I love you. I love you. I love you. Meite Kelly und Chris DeBerck. Und ausnahmsweise komme ich mit Blumen, denn Meite hat heute Geburtstag. Happy Birthday to you. 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 So viel Zeit muss sein. Danke, dass du an deinem Ehrentag trotzdem... Danke an meine Kinder, weil sie erlauben es werden normalerweise nicht. Aber ich habe gestern schon ganz toll mit ihnen reingefallen von dem Brandenburger Tor. Und sie wurden heute auch im Hotel ganz schön verwöhnt vom Personal. Okay. Also vielen Dank an das Hotel. Ihr habt meine Kinder so, meine Tochter, so können wir hier leben. Danke. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dieses Duett einer solche Lady Marianne und einen solchen Robin Hood hat man ja selten gesehen. Chris, we are trying to motivate as many people as possible to donate money to call us. Maybe you can help us. Bitte spenden Sie. Bitte, bitte spenden Sie. Please, please donate. To children all over the world. These are our future. Please donate. As much as you feel you can give. Thank you so much. Chris de Bourgh, Maite Kelly, toll euch hier zu haben. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Und ab ans Telefon.